hallo und herzlich willkommen zurück zu half life 2 ja wir wollen jetzt mal weiterspielen wir haben jetzt die ganze zeit dem zugehört hier so jetzt müssen wir glaube ich irgendwo hin ich wollte jetzt noch mal zur karte unten weil los jetzt dr freeman wir wissen dass elizabeth nicht vertraut ich will mal gerade zur karte unten schnell lighthouse point ja mal gucken wo ich hin muss das haben wir jetzt sehen glaube ich auch k k k k k Wollte weiterkommen Ich glaube hier muss ich einladen, ich glaube es ist nicht hier Achso ich muss hier durchs Tor, ja genau ich muss da durchs Tor Ich weiß es nicht mehr Ich muss hier oben durchs Tor Genau Genau Mit der Fahrt Jawoll Ah ich wusste es Ich muss jetzt hier entlang Ich glaube ich muss wieder zurück Ah ich fahre mal hier entlang Jawoll Genau hier runter Da Und dann im Bereich Wollte ich hier entlang So Mancher stockt jetzt doch ein bisschen stark muss ich sagen Aber egal Die Frau kommt schon hin Ah wie ein Krabbe Ach hier Aber er wird halt Ich glaube Jetzt bin ich zu Ja doch Ja 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 Gut Jetzt haben wir wieder 100% hier Jetzt können wir wieder zurück Ja ist ja Ist ja Ja Trotzdem geht er nicht Ja ja Gucken wir mal Ich glaube Ich glaube ich Genau ich muss noch mal Genau das muss ich hier hin So Dann muss ich gleich dann Ja Ich lebe ihn mal hier hin Dann mache ich hier mal den hier. Hier ging es hoch. Hier ging es hoch. Hier ging es hoch. Genau. Richtig, so. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Da war ich ein bisschen zu voreilig, aber ist egal. Komm her, komm her. Achtung, er hat einen Bomben geworfen. Das habe ich gerade nicht gesehen. Jawoll. Ich habe doch gerade so im Augenwinkel gesehen. Ah ja, genau. Hier hoch. Ich fand es gut. Ah, der gibt es nicht so hart. Ich mache mal lieber den hier. Okay, gehen wir nochmal weiter hier. Psst. Psst. Rot finde ich jetzt immer gut. Ja, genau. So. Jetzt muss ich hier gerade gucken. Muss hier runter, muss ich da hoch. Das habe ich alles voll. Okay. Hoch, hoch, hoch. Achso. Okay, dann gehen wir hier hoch. Wir an falsche Seite. Falsche Seite. Falsche Seite. Jawohl. Arm zurückziehen. Arm ausstrecke. Da vorne. Okay. Gucken wir mal. Das ist gut, da? Aber ich müsste doch... Ey, wo muss ich nochmal hin? Schade, 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 ich könnte... Ich... komm! Alter, wie ist die? Schamme, wie ist die? Okay. Okay, jetzt muss ich da... Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Runter, runter, runter. Heilen. Wieder hoch, 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 hoch. Super. Ach, was ist das denn hier? Moment, warum hab ich hier... ich bin festge... Ich habe festgehangen. So. Ich habe festgehangen! Schnell, 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 schnell. Bevor diese Krabben wieder kommen. Ich sag mal, zu den Krabben mal. so ist immer hier war ich bin hängen geblieben ein bisschen hängen geblieben also ich wollte mal reingehen da ist nichts der ist nicht so jetzt aber Oh. Ach, fick dich doch, du Arsch. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe böse Worte gesagt. Ja, wenn man nicht richtig reagiert, dann steht man da wie ein Volldepp. Okay, 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 okay. Wie war das jetzt? Ich muss, glaube ich, mit dem da reinfahren. Ach so, ich weiß noch. Ich glaube, ich weiß noch. So, jetzt hier. Ich fahre jetzt mal rein. Park den gerade hier. Oh, wunderbar. Ich spinne es mal gerade, bevor ich hier weiterfahre. Ja, gut, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Ja, wieder rein. Okay, dann fahren wir weiter. Nicht E drücken. B drücken. Nicht E drücken. Oh. Yeah. Ich weiß, dass ich hier durchfliegen muss. Soll ich erstmal was gucken? Haben wir noch hier? Haben wir hier noch was? Vielleicht haben wir hier noch was. Okay. Okay, schauen wir mal hier nochmal ein bisschen rum. Okay, hier sind nur No Tempatrol. Okay, dann würde ich sagen. Okay, da ist nichts. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Achso. Scheißers. Bin ja zu blöd. Voll. Hab ich noch gar nichts drin. Das ist aber scheiße. Ja. Ja. Ey komm. Mach ich kaputt. Mach ich kaputt. Was kann das sein? Sag das mal vor. Ich weiß. Da vorne war doch was. Fahr weiter. Fahr weiter. War doch irgendwo. War doch noch. Munition. Scheiße. Ich wusste es doch. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Boah. Ey kann man nicht sein ey. Oh der ist ja gerade. Ist ja gerade runtergeflogen. Haben wir es geschafft? Ich glaube der ist runtergeflogen. Ah guck mal. Hier waren auch noch Dinger drin. Okay. Ja ähm. Na da da. Äh 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 äh. Achso. Ich habe mich gerade aus. Momentchen. 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 Nein. 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 Also das kann ich hier nicht. Oder was. Okay. Ähm. Also ich kann nur auf die Dinger zielen. Okay. Das muss man ja wissen. Aber die Handgranate. Wenn ich jetzt werfe. Was passiert. Was passiert. Da fliegt ja immer noch mehr da drauf. Mal gucken ob ich jetzt runterkomme. Oh. Ich weiß dass ich. Hä. Wieso. Komm ich hier nicht da durch. Was hat denn die Kiste zu bedeuten hier. Moment. Ich muss noch gerade gucken. Ey kann doch nicht sein ey. Ich hänge fest. Ey ich hänge fest. Ich hänge fest. Das ist jetzt kein Witz. Aha. Okay so geht das. Alles klar. Man muss es erst mal wissen. Man muss es erst mal wissen. Jetzt aber. Jetzt geht es weiter. Jetzt aber. Jetzt geht es weiter. Stopp. Errungenschaft. Errungenschaft. Detektiv. Jawohl. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Kann sein dass ich gleich abrupt Schluss machen muss. Wenn ich gleich abrupt Schluss machen muss. Ja. Dann sehen wir uns die nächste Folge. Okay. Und gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich fahre jetzt mal weiter. Könnte sein dass jetzt meine Bandkollegen gleich kommen. Und dann mach ich nämlich gleich erst mal aus. Ja. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon. Wenn die nämlich kommen. Jetzt sind sie. Okay. Aber das seht ihr ja. Wenn ihr dann plötzlich die Tür aufgeht sagt. Hallo. Okay. Wollen wir mal gucken. Ob wir noch ein bisschen Zeit haben. Hier. So. Wie war dat nochmal? Der rollt auf mich zu dann wieder. Wir müssen auch nochmal gucken. Wie genau diese Dinger. Nein. Okay. Auftrag abgebrochen. Betrefft Fliemen. Grundverschämung. Okay. Machen wir nochmal. Boah. Ey. Wie schnell bin ich denn da gefahren? Okay. Bremsen. Raus. Okay. Weiter geht's. So. Komm. Nochmal zwei. So. Achtung. Bremsen. Jetzt geh mal raus. Na komm her. Komm her. Komm her. Ja. Okay. So. Weiter geht's. Genau. Hier muss ich mal irgendwo retrauen. Genau. Jetzt weiß ich wieder wie es geht. Hahaha. Nein. Nicht schon wieder ey. Oh Mann. Ja komm. Ist gut. Mein Gott. Entschuldigung aber. Ich dachte ich könnte schön weiterfahren. Fliege ich ja wieder runter. Aber ey. Der hat mich jetzt ein bisschen aufgenommen. Mh. Okay. Nehm. Gucken wir mal weiter hier. Das ist keine Kiste mehr. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Aha. Okay. 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 Schauen wir mal weiter. Okay. Weiter geht's. Aber ich denke nur, dass ich jetzt gleich Schluss mache. Ja. Ein paar Minuten mache ich noch. Gehen wir mal hoch. Was haben wir hier? Ja. Da haben sie sich verschanzt, die Deppen, ne? Da ist noch einer. Ey. Ich bin mit Waffen eingedeckt. Ey. Da ist noch einer. Da ist noch ein Sack. Oder? Ich glaube, das war's, ne? Haben wir sie alle? Haben wir sie nur alle? Ich glaube nicht. Okay. Lass mal weiterfahren. Yeah. Okay. Ich bin schon wieder runterfällt. Ich bin schon wieder runterfällt. Ach. Jawoll. Weiter geht's. Abbremsen. Geh, 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 Geh! Alles klar! Gut, fahre ich noch hier dran vorbei und dann würde ich sagen... Da ist eine Wand. Wie ist er denn da hochgekommen? Okay... Oh... 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 Ich bin manchmal zu schnell, glaube ich. Manchmal, ich bin immer zu schnell. So, aber ich würde jetzt sagen... Ohne zu fragen... Oh... 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 NONONONO Und tschüss. Und tschüss. Ja. So, jetzt. Letzte Laden. Halt. Stopp. Bremsen wir ab. Okay. Sie sind noch nicht gekommen, aber trotzdem mache ich hier mal Schluss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Ich habe zwar nicht viel gelabert, weil ich mich eher auf etwas konzentriert habe. Bin jetzt zweimal kaputt gegangen, weil ich ins Wasser gefallen bin. Was will man machen, ne? Okay. Ich würde sagen, gebt dem Video einen Daumen hoch. Gebt erst mal ein Abo da. Wer auch gut zuguckt, wer weiß, ne? Sonst, ich wünsche euch was. Braio Asai. Ciao. Ciao. No.